In den letzten Wochen habe ich verschiedene Erwachsenenwindeln getestet, in dem ich hinein uriniert habe. In diesem Video teile ich Ihnen mein Testergebnis der Windel Mollicare Premium Elastic mit 10 Tropfen mit. Ich nutze die Windelgröße Medium M. Die Mollicare Premium Elastic in der Größe M hat ein Fassungsvermögen von etwa 3600 ml. 14 Stück Kosten stand August 2024 im Internet zwischen 12 und 25 Euro. Ich habe diese Windel selbst gekauft. Die Mollicare Premium Elastic ist meiner Meinung nach für Damen und Herren mit Stuhl und Hahninkontinenz für die Nacht gut geeignet. Die Windel besitzt an der Vorderseite einen breiten und hohen Saugkörper, der bei Herren notwendig ist. Bei Herren sollte man beim Anlegen der Windel auf die Position des Gliedes achten. Am besten liegt das Glied mittig auf den Hoden. Dies ist bei mir nicht möglich. Daher benötige ich vorne einen großen Saugkörper. Beim Anlegen von Windeln sollte man immer darauf achten, dass diese richtig in den Leisten sitzen und sie möglichst eng verschlossen sind. Am besten greift man jede Windel am Saugkörper und zieht sie in die Leisten. Die Mollicare Premium Elastic hat einen breiten Klettverschluss an ihren elastischen Bündchen, den man mehrmals öffnen und schließen kann. Dies ist jedoch nicht zu empfehlen, da die Windel möglicherweise nicht mehr richtig sitzt. Auf meiner Homepage finden Sie im FSK 18 Bereich ein Video, in dem ich das Anlegen der Mollicare Premium Elastic zeige. Ich trug die Mollicare Premium Elastic für meinen Test tagsüber im Rollstuhl. Bei diesem Test befand sich meine Vorhaut nicht über der Eichel. So konnte der Urin von der Windel direkt am Ausgang der Harnröhre aufgenommen werden. Schon öfter fiel mir auf, dass, wenn das Glied beim Anlegen der Windel nicht mittig positioniert wurde und es sich nach einiger Zeit einzog, die Vorhaut an der Windel hängen blieb. So lief der Urin nicht optimal in die Windel. Somit ist es vorteilhaft, wenn sich die Vorhaut nicht über der Eichel befindet. Ich hatte die Mollicare Premium Elastic dreieinhalb Stunden an und habe viermal reingepinkelt. Der Tragekomfort der Mollicare Premium Elastic ist im trockenen Zustand gut. Ich spüre sehr deutlich, dass ich eine Windel trage. Diese Windel ist dick und warm und im Rollstuhl kann man erkennen, dass sich unter der Hose eine Windel befindet. In meinem Alltag nutze ich Windeln, weil sie bequem und angenehm zu tragen sind und sie bei mir Druckstellen mindern. Nur für diesen Test habe ich in die Windel uriniert. Im nassen Zustand ist für mich das Tragen dieser Windel angenehmer als bei anderen Windeln. Der Tragekomfort verringert sich zwar mit jedem Wasserlassen etwas, doch insgesamt bleibt er akzeptabel. Nichtsdestotrotz kann ich die Mollicare Premium Elastic nach meinem Test sowohl für Damen als auch für Herren weiterempfehlen.